Morat Salah, gewohnt und ungewohnt kann man fast sagen. Auch schon den Titel gewinnen als Best-Scheids-Richter-Duo. Aber heute zuerst einmal alleine hier, weil Arthur leider krank ist. Was erzählst du ihm nach diesem Tag oder nach dieser Auszeichnung, wenn du mal läufst? Zuerst einmal, dass wir den Award gewonnen haben. Und dass es jedes Jahr ein stillvoller, glamouröser Anlass war. Dass Essen immer gut war und dass die Atmosphäre immer gut war. Was bedeutet euch das, so ausgezeichnet zu werden nach einer langen Saison, nach viel Schweiss, in der ihr als Schiedsrichter investiert? Es ist sicher immer eine Anerkennung. Aber wir sehen das eher als Wertschätzung gegenüber der ganzen Schiedsrichterei. Es ist schön, dass dieser Award überhaupt in diesem Rahmen vergeben wird. Eigentlich werden ja Trainer und Spieler geirrt und Spielerinnen und Trainerinnen. Und es ist für uns als Schiedsrichter-Gilde oder Schiedsrichter-Familie und es ist sicher schön, dass wir auch einen Part in diesem ganzen Anlass verdienen. Das tut das auch durch die Ambition für die kommenden Jahre aufpeppen und sagt, jetzt ist recht, wir wollen noch weiterkommen, wir wollen noch besser werden. Ja, es ist sicher Motivation und eben auch Lohn für die harte Arbeit, die wir das ganze Jahr verrichten. Und wir haben noch hohe Ziele, wir haben noch Weltmeisterschaften von den Männern, wo wir auch wichtige Spiele pfeifen wollen. In der Champions League Männer, Frauen und auch in der Olympiade, das ist sicher auch ein Fernziel. Gibt es im Rückblick ein Highlight von dieser Saison? Ja, es ist eigentlich immer die ganze Saison, weil man auch im regelmässigen Betrieb pfeift. Es ist immer ein Highlight. All die Leute, die wir international kennenlernen dürfen, sind auch Handballfreundschaften. Aber wenn ich jetzt ein Highlight herausstreichen darf, wäre das sicher das Champions League Viertelfinale in Ordnung. Von 5000 Zuschauern, heissen Spiel, gute Atmosphäre. Und für diesen lebt man. Das ist Handballleidenschaft. Wie fühlt man sich da, wenn man in der Katakombe steht und rausläuft? Also ich tendenziell, ich bin immer freudig. Ich sage immer vor dem Spiel, bevor ich rausgehe, ich möchte Spass haben. Und von dem her bin ich eigentlich immer freudig auf das Spiel und nicht gross angespannt. Super, danke viel, vielmals. Alles Gute.